Wir haben Neuigkeiten. eTwinning, die größte europäische Gemeinschaft für Schulen mit über einer Million registrierten NutzerInnen. Und das School Education Gateway, die Brücke zwischen Akteuren der schulischen Bildung und politischen Entscheidungsträgern. werden zu einer neuen Plattform vereint. Die European School Education Platform Auf der neuen europäischen Schulbildungsplattform finden Sie bildungspolitische Artikel aus verschiedenen Ländern, Unterrichtsmaterialien sowie Angebote zur beruflichen Weiterbildung. Finden Sie Schulen oder Lehrkräfte zur Zusammenarbeit im Rahmen von Erasmus Plus Aktivitäten, eTwinning-Projekten, Forschung und vielem mehr. Verwenden Sie Filter, um zielgerichtet zu suchen nach gemeinsamen Sprachen, Unterrichtsfächern, Ländern oder Rollen auf der Plattform. eTwinnerinnen und eTwinner haben einen eigenen Bereich mit weiteren Vernetzungsmöglichkeiten sowie die Möglichkeit, in einem Twin-Space mit Partnerschulen und SchülerInnen zusammenzuarbeiten. Die European School Education Platform ist der Treffpunkt für alle Akteure im Bereich der Schulbildung. Werden auch Sie Teil der Community. Werden auch Sie Teil der Community. Daher sind Sie Analytics-Kanal und sogenannte Nachrichten. Sie in Weiterbildung, unterrichtsfächern.